Ja, hallo liebe Trainerinnen und Trainer. Jetzt geht die neue Saison los. Das heißt, ihr rutscht vielleicht mit eurer Mannschaft eine Altersklasse höher oder aber auch übernehmt eine neue Mannschaft. Das heißt, ihr steht jetzt wieder vor dem Problem, dass ihr eure Mannschaften neu vorbereiten müsst für die kommende Saison. Und dafür haben wir jetzt für euch auf 1x1 Sport verschiedene Kurse oder auch natürlich Trainingsübungen oder auch Spielformen zu verschiedenen Themen, sodass ihr euch da ein bisschen einarbeiten könnt und vielleicht auch tatsächlich für viele ganz interessant. 24, 25 hat ja der Kinderfußball bei uns jetzt in Deutschland Einzug gehalten. Das heißt, wir spielen die neuen kindgerechten Spielformen. Auch da könnt ihr euch natürlich kundig machen bei uns auf der Plattform und da eben die entsprechenden Materialien finden. Wenn ihr die ganze Geschichte einfach mal testen wollt, kein Problem, einfach mal reinklicken bei 1x1sport.de. Viel Spaß dabei bei der Vorbereitung für eure Mannschaften. Bis bald, ciao. 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 Vielen Dank.